Musik Herzlich willkommen vom Mainzer Oktoberfest. Es ist eine wahnsinnig tolle Stimmung hier. Und ich habe einen super Ehrengast hier bei mir, den Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Michael Ebling. Ich grüße Sie, hi. Grüße Sie, oder darf ich jetzt sagen, Servus. Servus und grüß Gott. Denn ich habe jetzt mal eine ganz große Frage an Sie. Sie kennen natürlich auch die Oktoberfest-Hymne, oder? Äh, ja. Wie textsicher sind Sie denn da? Oh, nee, mäßig, nee, mäßig, ganz mäßig. Mäßig soll ich Ihnen sagen, was ein Zufall, habe ich die Band echt gut hier, die Ihnen gerne so ein bisschen auf die Sprünge helfen wollen. Und jetzt müssen wir singen. Der Refrain. In Mainz, do is Oktoberfest. In Mainz, do is was los. In Mainz, do is Oktoberfest. Die Magen sind schön, die Wurmschein noch geht. Und ich glaube, die ist riesengroß. Mensch, heute mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mainz, mit Michael Ebling. Vor ein paar Tagen wart ihr noch in Monaco und habt mit dem Fürsten gesungen, oder? Ja, ja. Teddybär hat er gesungen bei uns. Aber der Michael hat genauso gar gesungen, wenn nicht besser. Also das finde ich aber auch. Herr Ebling hat hervorragend gesungen. Der Platz in der Band ist definitiv sicher für nächstes Jahr. Und ich glaube, Sie haben sich jetzt Ihr Bierchen auch verdient. Also jetzt ein Bierchen und mindestens ein halbes Hähnchen. Mindestens. Vielen Dank vom Oktoberfest, Alexandra Phillips. Untertitelung des ZDF, 2020